Hallo und herzlich willkommen zu Tales of Arise, Teil 5. Wir sind in den Ruinen und möchten immer noch für Xion Kleidung finden. Und dazu gehen wir jetzt in den Aufzug. Oh, was? Zielauswählen Wohnviertel? Das ist aber schon hier, oder? In den Ruinen. Wenn das jetzt irgendwo hinkommt. Okay, wir sind komplett woanders, oder? Okay, wir gehen noch mal kurz zurück, weil es gab die eine Tür, die durch die wir durch konnten. Die wir von oben aufgemacht haben. Was? Jetzt sind wieder alle Gegner da? Nein! Ich will nicht gegen alle Gegner nochmal kämpfen. Das war doch hier, oder? Oder bin ich jetzt komplett lost? Ne, es war genau hier. Ja, sehr gut. Stichemblem. Ein Emblem, das durchdringend steigert. Früher trug man es nicht nur im Kampf gegen gepanzerte Kämpfer, sondern auch beim Stumpf und Festung. So, die Frage ist, was ist... Also, kann man das die ganze Zeit reinmachen? Sollten wir vielleicht gleich mal gucken. Dieses Stichemblem... Oder muss ich das... Vielleicht gibt es hier auch später bei Ausrüstung noch irgendwelche Slots, wo wir das reinmachen können. Es gibt ja oft solche Ruhenslots in der Ausrüstung. Boah, die wollen mich echt alle angreifen, ne? Die wollen mich alle haben. Wir gehen aber wieder direkt. Was für eine Hektik! Okay, also gut. Nice to know. Sobald man irgendwie das Gebiet wechselt, sind alle Gegner wieder da. Kann ich die irgendwie... Kann ich die dodgen? Das finde ich cool. Man kann denen wirklich gut ausweichen. So, auf geht's ins Wohnfürdung. Bin echt mal gespannt, was wir für sie finden. Ich tippe, es ist nichts, was allzu sehr die Figur... Ähm... Nichts, was allzu viel verdeckt, sondern eher auf Figuren betont ist. Das ist mein Tipp. Es würde mich wirklich wundern, wenn es anders wäre. Ja, wirklich. Am besten noch mit schönen hohen Schuhen. Aber für die ist der Standard, die kennt sich aus. Etwas aus der Mode gekommen, aber es muss reichen. Okay. Wie? Es ist so klar. Einfach hohe Schuhe. Alter. Einfach das Prinzessin-Outfit, ey. Das verschlägt ihm direkt die Sprache. Nani. Als ob sie so eine Antwort nicht erhofft hätte. Edle Rose, was sie hat sogar ein Gewehr noch dazu gekriegt. Das ist ja cool. Ein altmodisches Gewehr, das in den Ruin der Renère gefunden wurde. Seine Schönheit liegt in der Kraft, die sogar harten Bedingungen standhält. Und Edelscharlach. Altmodische Gleitrüstung aus Lenegis. Die uneingeschränkte Beweglichkeit bietet, ohne an wunderschönen Eleganz einzugüßen. Scharlach-Tiara. Eine altmodische Tiara aus Lenegis. Mit ihrem kandigen Aussehen wurde sie als Ergänzung zur Gleitrüstung entworfen. Und was ist das jetzt, das Letzte? Ist irgendwas im Kopf oder was? Zubehör, Stich-Emb... Achso, ah, das können wir hier reinmachen. Das Stich-Embblem kann man auch wieder raus machen. Äh, nö. Toll. Edelscharlach, weiße Einteile. Hör, ich kann's gar nicht mal wechseln. Guckt euch das mal an. Warum geht das nicht? Oder bleibt das jetzt einfach beim, äh, Dings... Bleibt das jetzt einfach... Ja, das müsste ich beim Aussehen ändern wahrscheinlich. Ja, von den Werten her ist das Edelscharlach viel besser. Genauso die edle Rose ist auch viel besser. Kann ich jetzt bei ihm Stich-Embblem reinmachen? Ja, okay. Das geht zumindest. Wäre auch blöd gewesen, wenn nicht. Ja, genau, hier kann ich's noch ändern. Ja, gut, aber okay, hier mit ihrem Nachthemd, da sieht das schon schicker aus. Der Hundeschwanz. Unglaublich, ey. Scharlach-Tiaren, was hat das an der Pferdeschwanz? Das ist ja fast gleich, nur mit diesen Zacken da oben drauf. Ah ja. Hä, was ist jetzt passiert? Ah. Die weiß doch was, ey. Okay, sie weiß es doch nicht. Das ist doch nicht. Ich glaube, das war nicht. Oh, ich weiß. Wie gesagt. Ich glaube, hier war es jetzt ein Bord. 300 Jahre alt. Und die Ouken aus dem Rene. Er wurde mit den Rene. Die Ouken aus dem Rene. Die Ouken aus dem Rene. Und ich weiß, dass es so wichtig ist. Ich weiß, dass es hier ein Vorbereitungsstück. Also, es ist ein Bord. Es ist ein Bord. Und ich weiß, dass es die Bord. So mittelzufrieden. Okay. Hm. Hm. Springe ich da jetzt runter? Ich hätte es irgendwie cool gefunden, wenn es so eine Art Schnellreise zurückgibt. Wahrscheinlich, oh, guck mal, da drüben ist irgendwas. Wahrscheinlich gibt es später auch so eine Art Schnellreise, schätze ich mal. Wow. Weil die ihre Feuerbälle einfach überhaupt nicht treffen, ja. Jetzt, das sieht doch gut aus. Ey, die Feuerbälle machen nämlich schon richtig Arc-Damage, wenn sie treffen. Ja. 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 Wir ne tun jetzt an. Wie wir vorhin so geredet haben. Ja, jetzt ist gerade ein guter Moment, um anzugreifen, weil alles durcheinander ist. Und wir erstmal irgendwo hingehen und Kleidung suchen für sie. uns so schön langsam eindecken mit irgendwelcher Kleidung, irgendwelcher Rüstung und weiteres. So viel Zeit muss einfach sein. Wenn man einen wichtigen Kampf hat, muss man dafür auch einfach gut aussehen. Das ist einfach so. Gegengiftstein mal wieder. Wie geht's hier raus? Interessant sind die alle wieder da. Eisenstück. Ein kleines Stück Eisen, das durch Bergbau gewonnen wurde. Nicht zu gebrauchen als Material, aber kann für einen kleinen Preis gekauft werden. In welche Richtung müssen wir raus? Ich glaube in die, oder? Ich will jetzt nicht gegen jeden von denen immer kämpfen. Aber natürlich sollte man nicht alle auslassen. Wir leveln da natürlich dadurch. Oh, das hat's tat wie, äh, wenn ein Beide kurz treffen. Jawohl, Beide umgehauen. Schick. Sehr schick. So, hier sind wir richtig. Oh, da laufe ich jetzt hoch. Erzähl mir, wenn er das jetzt gerade hochlauft. Ey, das ist doch echt unglaublich. Hier ging's dann raus. Ja, hier geht's raus. Sehr gut. Die Frage schlägen wir noch kurz ne Rasht ein. Ich glaub schon. Das macht Sinn. Das auf jeden Fall kurz zu machen. Und es geht. Da haben wir's doch mit der Schnellreise. Wenn du an Lager nun an anderen Orten vorbeikommst, schaltest du Schnellreise-Standorte frei. Um sofort zu ihnen zurückzukehren, öffne die Standardliste des Gebiets und wähle ein Ziel. Manche Gebiete sind während der Geschichte zum Teil nicht erreichbar. Hieß das zum Teil? Kann ich Schnellreise zum Karpfen machen? Ich glaub nicht. Nach Ulzbeck. Ah, krass. Da kann ich ja benachbarte Karten betreten. Kann ich das bei jedem machen? Das heißt, ich könnte auch... Krass, sogar ein Bergwerk stolten könnte ich noch rein. Gibt's da nicht sowas wie eine Weltkarte? Das wär irgendwie ganz schön, oder? Vielleicht später erst. Kann ich mir gut vorstellen. Okay, dann wollen wir mal schnell reisen nach Ulzbeck, würde ich sagen. Dann gucken wir mal, ob wir uns jetzt gleich losmachen, den Lord da zu plätten und uns um den zu kümmern. Das ist immer schöne, vertraute Gegend zurück. Komm, hier gibt's noch eine Quest. Hey, du bist diese Eisenmaske, die Zefe hergeholt hat, oder? Ich kann dich um einen kleinen Gefallen bitten. Klar, was ist denn? Oh, schön, dass du hilfsbereit bist. Also folgendes, uns geht das Essen aus. Okay, ich geb's zu. Das ist ein ziemlich dauerhaftes Problem hier. Der Boden hier hat wenig zu bieten. Und unseren Feldfrüchten geht es in letzter Zeit noch schlechter als sowieso schon. Ich bitte dich nicht, irgendwas Ausgefallenes zu besorgen. Etwas Weizen und Kartoffeln wären schon eine große Hilfe. Ich... Äh, Essen... Stimmt, ich hab schon... Ich kann schon Essen überreichen. Hier hab ich... Hab ich direkt dabei. Wird euch das erstmal über die Runden helfen? Wir haben es außerhalb der Stadt aufgegabelt. Das ist genau das, was ich suche. Seid ihr sicher, dass ich es haben kann? So dringend wir auch auf frisches Essen angewiesen sind, das außerhalb Wild wächst, kann ich bei all den wilden Zeugeln niemanden bitten, es zu holen. Also nehme ich mir gern was von den Sachen, die ihr habt. Du warst eine große Hilfe. Wir konnten nicht riskieren, den Anteil der Strahlaugen zu senken... Was? Den Anteil der Strahlaugen zu senken und damit ins Wespennest zu stechen. Okay. Komische... War das gerade echt schwache Übersetzung oder so? Dank all dem Extra-Essen können wir jetzt alle Kinder satt machen, die in letzter Zeit hungern mussten. Freut mich zu hören. Wir helfen gern so gut. Wir können. Ich kann vielleicht nicht dein Gesicht sehen, aber ich spüre, dass du eine gute Seele bist. Ich kann euch nicht viel im Gegenzug anbieten, aber wenn du magst, bringe ich dir ein Rezept bei, das wirklich leicht zu machen ist. Oh, das ist nice. Müssen wir nicht immer Haferbrei essen. Oder Grießbrei, nicht Haferbrei. Wenn du das Rezept meinst, für das man Weizen braucht, das kenne ich schon. Okay, und wie wäre es mit einem Kartoffelrezept? Das hier ist auch schnell zubereitet und sehr lecker. Die Rettung, wenn man richtig Kohldampf hat. Klingt gut. Das probiere ich gern mal aus. Super. Solltest du wirklich. Auf nüchternen Magen kann man kaum seine Bestform erreichen. Hunger abgewendet. 700 galt. Die Hol-und-bring-Quest mag ich am liebsten, die du dann schon erledigt hast. Können wir das sogar irgendwo gucken, was wir alles kochen können? Wahrscheinlich im Feldhandbuch, oder? Äh, what the fuck do not? Gegner-Info not Hilfe. Wahrscheinlich auch not. Aktivitätsdaten. Haupt-Quest. Neben-Quest. Vielleicht kann man das nur, wenn man rastet. Okay, dann gehen wir mal zum C4. C4, wir haben ein Riesenproblem. Ein größeres Problem als unsere Angriffe auf Balsev Schloss. Denn ich hab grad wirklich nicht den Nerv mich um irgendwas anderes. Ja, größer als das. Die Strahlaugen haben angefangen, in ganz Kalaklia Leute niederzumetzeln. Was, warum? Sie haben es offenbar auf ihren Meisterkern abgesehen. Der Feind muss es wirklich ernst meinen, ihn zurückzuerlangen. Das müssen sie, wenn sie bereit sind, die Sklaven abzuschlachten, die sie zum Sammeln der Astralenergie brauchen. Moskul wurde übel erwischt. Was? Bist du sicher? Todsicher. Es ist die nächstgelegene Stadt von dort. Wo wir sie vorher angegriffen haben. Es tut mir leid um unser Volk, aber so ist das Leben. Schweinehunde! Da kenn ich nix, da kenn Eisenmasken nix. Mach die Tür auf. So nämlich. Schnellreise-Standort hinzugefügt. Genau, ich wollte die Karte aufmachen. Okay, das ist nämlich groß. Was ist denn das? Eben ein Aufzug. Den ich aber wahrscheinlich nicht benutzen kann. Der Fahrstuhl scheint offline zu sein. Ja, das dachte ich mir. Guck mal, da hinten ist vielleicht noch irgendwas. Wolf mal zwei. Aber voll nett, dass er einfach mitkommt, oder? Ich hatte jetzt gerade irgendwie kurz gedacht, dass wir da jetzt dann allein weiter machen müssen. Und Feuer! Sehr schön, beide getroffen. Pfeffer. Eine Pflanze, die getrocknet als Gewürz dient. Aufgrund ihrer Schärfe und dem kräftigen Geschmack sollte man sie beim Kochen vorsichtig verwenden. Ach, was Pfeffersbeste, ey. Jetzt musst du richtig reinballern. Jetzt musst du richtig reinballern. Lauf jetzt hier unten lang. Wahrscheinlich macht es keinen großen Unterschied, gell? Mich würde interessieren, wo da der andere Weg hingeht. Wow! Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich nett. Loll, wie er es irgendwie blockt. Der macht auch irgendwie... Der schießt einfach zurück. Ich glaube, spinn. Irgendwie tue ich ein bisschen planlos draufschlagen, gell? Oh ja, schön. Schön Fahr getroffen. Was? Was? Wie ich einfach getötet wurde. Schnell Dings wechseln, schnell Charakter wechseln und... Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Die waren Level 10, gell? Und ich habe nicht genug für Auferstehung. Das heißt, ich muss jetzt einen Trank des Lebens benutzen, ja. Und will da direkt Personen wechseln. Boah, die waren richtig viel Schaden, gell? Boah, ich muss schon aufpassen, also... Ich glaube, wie sie sich einfach irgendwie selber irgendein Zeug reinpfeift. Greif doch den an. Ich verstehe nicht, also... Gleich kann es schon. Ich kann ja hin und her wechseln, aber manchmal macht er das einfach komplett random von selber. Und schon kill ihn, kill ihn, kill ihn. Jawohl. Und jetzt mein... Superattacke auf dich. Und tschüss. Aber drei Level Unterschied machen schon einiges aus, ey. Ja, das ist dumm. Ich hätte nämlich echt auf jeden Fall noch raschen sollen. Wir haben überhaupt nicht mal die Heilungspunkte. Okay, was ist denn das? Hier könnte man doch raschen. Das sieht aus wie so ein Widerstandslager. 500, geil. Also ganz ehrlich, wenn sie hier nicht raschen wollen, dann weiß ich auch nicht. Lieber in irgendeinem Lagerfeuer, als in so einer perfekten Höhle. Fleischreste, übrig gebliebene Fleischstücke von verschiedenen Tierteilen. Nicht sehr ansehnlich, aber mit der richtigen Zubereitung durchaus essbar. Ganz ehrlich, hier hat es sogar Betten. Hier hat es Tische zum Essen. Hier hat es doch bestimmt irgendwo auch eine Feuerstelle. Naja, dann nett. Dann halt nett. Der arme Kohl gürtelt hier mal hier, was jetzt muss ich echt gegen alle Krämpfen. So stelle ich mir das vor. Schön alle treffen. Ich muss echt gucken, dass sie mich nicht treffen. Weil ich würde eigentlich noch zu viel Heilzeug noch gebrauchen. Puh, das ist ja wichtig, den noch in die Luft zu kriegen. Weil die Lebenstränge sind oft, also ich meine, ich habe echt... Nein, puh! Ich meine, ich habe echt viele Lebenstränge im Moment. Fünf Stück. Aber tendenziell sind in solchen Spielen die Lebenstränge recht selten. Also die, die dich wiederbeleben. Vergiss nicht, deine Wunden zu heilen. Das sollte ich tatsächlich wirklich eigentlich machen, gell? Wir haben doch... Ich glaube, ich benutze so ein Apfelgelee oder so. Wie viel haben wir denn von denen? Bestimmt einige. Ich kann doch hier auch, ja, Verbrauchsgüter. Zack. Aber warte, ich dachte... Jetzt bin ich hier eigentlich vorbeigelaufen. Aber da kam ich ja nirgendwo hin, oder? Bin ich jetzt doof. Naja, wir müssen eh nach Moskul. Also, was soll's. Okay. Hoffentlich leben die noch. Alter. Der ist richtig sauer, ey. Vielleicht gibt's noch so eine Ult oder so. Und die lernen wir jetzt demnächst. Ihr habt Kampfgeist. Das ist alles, was ihm dazu einfällt, ey. Krügel dich durch die Gegend. Wir haben Kampfgeist, ey. Ja, der Schleider tot, der Gude. Der Schleider tot. Kannst wie viele da einfach getötet werden, ey. Zum Glück leben die Kinder noch. Ich weiß nicht. Wirklich. Bitte bring mich nicht um. Ich flehr dich an. Ich bring dich nicht um. Ich bring die anderen um. Ich bring diese Stahltippen um. Oh, hier war das, wo wir gegangen sind, wo wir weg sind, oder? Deshalb hab ich gesagt, ihr sollt keine Ärger machen. Ihr habt keine Chance, gegen die zu gewinnen. Aber wir haben überhaupt nichts getan. Warum lassen sie es an uns aus? Du weißt, du weißt, warum. Das ist die Schuld dieser Karmessin-Krähen. Ihre Rebellion macht dem Rest von uns Schwierigkeiten. Du machst ihnen Vorwürfe? Sie versuchen, ein besseres Leben für uns alle zu schaffen. Oh, ne Witze, ey. Bitte tu den Kindern nichts. Doch, 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 doch. Wir kommen rechtzeitig hin. Nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe, und das habe ich. Das ist krass, wie viel Schläge jetzt der Typ braucht, ey. Der hält wirklich richtig viel aus. Dring gucken, dass du bessere Schwerter bekommst, mit mehr Schaden. Oh, da habe ich endlich mal wieder geschafft, richtig auszuweichen im richtigen Moment. Genau, nochmal ein paar Feuerbälle rein. Ist alles okay? Was ist mit den anderen? Sind die Mistkerle noch hier? Eisenmaske, atme erstmal durch. Es ist schon okay. Die meisten konnten fliehen, und wir leben noch. Ganz ehrlich, wir hatten noch Glück. Wenn Widerstandskämpfer auffliegen, endet es oft übler. Glück? Die Leute werden abgeschlachtet, und du sprichst von Glück? So läuft es, wenn man ein dernäherischer Sklave ist. Wer sich ihnen widersetzt, ist im Tod geweiht. Mach keine Mucken und Gehorche. Dann hast du zumindest die Chance, zu überleben. Man hat nur ein Leben. Deshalb. Ich sollte auf die richtige Gelegenheit warten? Ganz genau. Damit alle anderen sterben, während wir noch einen Tag länger leben. Willst du das damit sagen, Doc? Du willst alles auf die Chance setzen, dass die Dinge besser werden, wenn wir nur lange genug warten. Aber was ist Abwarten wert, wenn andere sterben müssen, damit wir leben können? Was glaubst du, was passiert, wenn jemand Widerstand leistet? Es wäre eine Sache, wenn nur der Rebell stirbt. Aber es endet nie mit nur einem Opfer. Du hast es selbst gesehen. Am Ende leiden alle. Willst du mir angesichts dessen wirklich sagen, dass unser Warten sinnlos ist? Aber das... Ich verstehe, dass du nicht jene Leben wegwerfen willst, die wir beschützen wollen. Das wäre völlig widersinnig. Aber wenn man zu lange wartet, wenn man sich ans Warten gewöhnt, verliert man irgendwann den Willen zu kämpfen. Das will ich für mich nicht. Ich habe die Kamesin-Krähen bereits kennengelernt. Leute, die im Kampf gegen René'sche Tyrannei ihr Leben riskieren. Sie wissen, dass sie vielleicht nicht erleben, wie wir gewinnen. Und sie kämpfen trotzdem, um den Danären nach uns bessere Chancen zu bieten. Wenn mein Leben sowieso in ihr fahrt ist, dann kämpfe ich lieber. Deshalb hast du dich entschieden, zum Schwert zu greifen. Ja, und nicht zu irgendeinem. Zu einem Schwert, das nur ich einsetzen kann. Und das zu mächtig ist, um es alleine zu führen. Ich glaube nicht, dass Leute, die früher gegen die René kämpften, je so etwas in ihrer Seite hatten. Deshalb bin ich bereit, alles auf dieses Schwert zu setzen. Ich weiß, dass ich damit vielleicht mehr Menschen in Gefahr bringe, aber... Okay, wenn du so denkst, vergiss alles, was ich gesagt habe. Es ist klar, dass deine Zeit gekommen ist. Eisenmaske. Im Moment sind du und dieses Schwert das Einzige, was in der Lage wäre, die Ranea zu vertreiben. Dass wir noch leben, verdanken wir dir. Kapiert er, dass ich nicht von einem Schwert auf meinem Rücken rede, sondern vom Flammenschwert? Wenn es für uns alle einen Weg aus diesem Leid gibt, dann vertraue ich darauf, dass du ihn findest. Doc, vielen Dank. Also, denk an deine Worte. Und gib deine Überzeugung niemals auf. Hörst du? Natürlich, niemals. Du bist so gereift, seit wir uns kennenlernten. Und du hast feine Leute gefunden. Vielleicht hast du doch eine Chance. Vielleicht? Hallo? Ist jetzt alles erledigt oder kommt da noch... Was? Kehre nach Ulzberg zurück. Tatsächlich. Einfach zwei Typen geblädert und fertig. Ist das so Kohl? Kohl, hallo? Warum? Warum müssen die Ranea so grausam zu uns sein? Haben wir ihnen etwas angetan? Haben wir etwas Falsches getan? Weißt du, warum Eisenmaske? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es, weil es elendige Sklaventreiber sind. Die werden schon noch sehen, was passiert. Die werden schon noch sehen, was passiert. Verdammt, wir halten die Füße still und tun, was uns gesagt wird. Und das ist der Dank. Sie haben uns nicht mal angehört. Sie haben sie einfach ohne zu zögern umgebracht. Wir wissen alle, was wir zu tun haben, ey. Wir wissen alle, was wir zu tun haben. So, genau. Jetzt Schnellreise machen. Zurück nach Ulzberg. Das war jetzt aber ein kurzes Intermezzo hier. Ich hätte gedacht, dass das ein bisschen mehr Auswirkungen hat. Ich weiß nicht, was wir zu tun haben. Klar hätte uns auch ohne Flammschwert aufgenommen. Jeder, der kämpft, wird aufgenommen. Jeder, der unter dem... der Geißel der Sklaverei leidet, wäre aufgenommen worden. Ich habe mich nicht mehr als ich, weil ich mich nicht mehr als ich, weil ich mich nicht mehr als ich, weil ich mich selbst verabschiede. Ich bin mir selbst. Wenn du es nicht, dann geht es. Es ist kein Problem. Du hast Geld. Ja, dann in die Mitte. Ja. Hey, Eisenmaske. Hast du vielleicht einen Moment? Hey, Dürron. Womit kann ich dienen? Naja, seit du hier bist, hast du ja ständig gekämpft, oder? So langsam mache ich mir Sorgen um den Zustand deiner Waffe. Ja, Dankeschön. Ich nämlich auch. Schließlich trittst du bald Balsev gegenüber. Wer weiß schon, welche Tricks er auf Lager hat. Du musst bestens vorbereitet sein. Zum Glück haben wir einen Schmied vor Ort. Und ihr solltet euch mal ansehen, was er gefertigt hat. Schon gut, ich werde daran denken. Schmieden ganz von vorn. Das ist genau das, was ich brauche. Eine Schmiede. Oder jemand, der mein Zeug schmiedet. Das ist genau das, was ich brauche. Wir haben unser Ziel erreicht. Sehr gut. So, aber was Lisa Care für uns zum Schmieden hat, das schauen wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zugucken, Freunde. Macht's gut, haut rein und tschüss.